Hallo und herzlich willkommen! Willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. 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 Willkommen zurück. Willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Der Kale ist mir wirklich sehr unsympathisch zur Zeit. Gerade, dass er einfach so geschossen hat auf die Frau. Und so weiter. So, wir waren stehen geblieben hier am Generator. Den irgendwie zu demolieren. Ich glaube, da hinten hinzugehen, mit denen zu reden, lohnt sich nicht wirklich, oder? Aber wir können nochmal Lilly erzählen, was wir dort herausgefunden haben über die Tür und so. Vielleicht geht das ja, sie ein bisschen am Laufenden zu halten. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und mit Larry können wir auch nochmal jetzt extra reden, okay. Was ist passiert, Lilly? Hat etwas passiert? Hast du das damit, glaube ich, auch schon gemacht, ja? Das Gespräch hatten wir schon in der letzten Folge. Hat so traurige Augen, die Lilly. So, Larry, es sieht aus, dass du mit Brenda sehr gut zusammenkommst. So, ja, 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 ja. Wie solltest du versuchen, dich in deinem eigenen Geschäft zu machen? Okay, Larry ist immer noch... Nichts sendet zu uns. Was so untertrieben ist, dass nichts sendet. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir im Generator machen können. Also, ausschalten können wir ihn, aber das wird nicht viel bringen, nehme ich mal stark an. Ich bin froh, dass Andy weiß, wie ich das fixieren kann, wenn etwas falsch geht. Ich bin nicht klug über dieses Ding. Oh, ein Ausschalter, ja. Brauchen wir ihn nicht. So, so hat man den aufgekriegt, genau, an den Schrauben. Mit so einem tollen Multitool hier. Das scheint ja wirklich sehr nützlich zu sein. Riemen, ja. Okay. Mit dem Multitool vielleicht, dann müssen wir das Ding erst ausschalten. Wir müssen das Ding erst ausschalten. Zack. Es ist keiner bemerkt hier, zum Beispiel Bender oder Danny. Ist ja auch verrückt. Na, dann haben wir doch unseren Freund und Helfer hier. Okay, der Riemen ist weg. Wie wäre es mit, äh, zumachen? Das ist gut. Dann beschäftige dich mal dort. Und wir können jetzt mal in die Scheune gehen. Gucken, was sich hinter der Tür verbirgt. So langsam wird es dunkel hier auf der Farm. Ich weiß gar nicht wissen, was passiert, wenn es hier dunkel wird. Dann können wir bestimmt Haufen von Walker. So, die sind jetzt hier noch am Streicheln und so. So, jetzt haben wir alles da. So, das müssen wir Ihnen nochmal noch sagen. Alright, dann, let's go, würde ich sagen. Mom, Dad, Dinnertime! Es ist Dinnertime! Okay, Honey, lass uns das. Dad, Dad, come on, let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Hmm. Alright. Können wir auch zurückgehen eigentlich jetzt so theoretisch? Würde mich mal interessieren, so nur so als Option. Ich mach's natürlich nicht, aber... Hey, wir können theoretisch zurückgehen. Nee, komm, wir müssen wissen, was dahinter ist. Vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht. Vielleicht steht man da nur so alleine draußen vor der Scheune. Dann, let's go. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Sehr schön. Boah. Was zur Hölle. Dinnertime. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So, you see, nothing to worry about. Hmm. Oh, der hat sich gerade zurückgeported. Oh, Brenda, you are our angel. Oh, boy. Excuse me, miss. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down and I'll go get the meal. Oh, this is a delight. So, ich will jetzt Mark finden, weil mir kommt es sehr verdächtig vor, dass die uns den nicht sehen lassen will. Das ist sehr, sehr komisch. Was? Was ist das denn? Und jemand schreit am Hilfe. Premio-Azu. Was ist das denn? Highschool-Diploma. Highschool-Diploma. Kratzer. Walkers aren't getting through that thing. Was ist das hier für eine Schnur? Hier ist Medizinschrank. Frage ist, ob es wieder irgendjemand von hinten kommt und guckt, wo wir bleiben. Ich hoffe es nicht. Woops. Na komm. Lauf doch. Hä? Achso. Andere Richtung. Aber wer hat hier um Hilfe gerufen? Das klang ein bisschen wie Mark, oder? Schranktür, Schlafzimmertür, Schlafzimmertür. Was ist das hier? Hier geht es nicht durch. Okay, mal gucken, wo diese Schnur hinführt. Stromkabel, okay. Morphium. Und weil sie so viel Morphine brauchen. Kandels. Smart. Mhm. Ja. Medikamente. Ich glaube, jemand braucht noch ein bisschen Erst-Aid. Er mag wahrscheinlich. Mülleimer. Ich glaube, das stecken wir jetzt aber lieber nicht zusammen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, lieber nicht. Erstmal nicht. Erstmal gucken wir jetzt hier hinter. Flecke. Ist das Blut? Scheint so. Es wird wohl kein Ketchup sein. Hier müsste doch aber eigentlich Mark liegen in dem Ding, oder? Wo ist Mark? Ich dachte, Brenda sagte, er war hier zu resten. Fenster. Es fühlt sich, als wäre ein Sturm gekommen. Es ist ein sehr düsteres Haus hier auf jeden Fall. Farnbücher, Kuchenbücher. Es ist nichts aus dem Ordneren hier. Okay. Hier rechts können wir nicht rein. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was kommt hier hinter, oder? Komm, wir machen jetzt das Kabel zusammen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die noch bleibt hier. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Warte mal. Warte mal. Wir gucken nochmal ganz kurz hier hinter. Ah, der Schrank verbirgt eine Tür. Schreiben wir den Schrank mal weg, oder? Was ist dahinter? Was verbirgt dich dahinter? Ah, nee, nichts Gutes. Eine weitere Tür. Oh, ich will sie gar nicht öffnen, ehrlich gesagt. Na, let's go. Mark. Scheiße. Scheiße. Was zum Teufel ist passiert, Mann? Nein. Geh. 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 Scheiße. Kannibalen. Das sind Kannibalen. Clementine. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Ach, ich frage. Ja, ja. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Clementine, run! Nobody's going anywhere. Oh, yeah. We got lots of use for y'all right here. What? The bus? The fucking black truck! Let your guns down! We're walking out of here! You don't go near my fucking family! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone! Everything will be okay! Lee? Lee? Oh, scheiße. Mistkerl. Was machen wir nur? Oh nein, oder? Oh nein. 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 Diese Bastarde. I will tear you fuckers apart with my bare hands. We've got to find another way out of here. You sick fucking bastards! Open this door, God damn it! I will knock the goddamn door down! Really, Dad? Okay, wir sind irgendwo eng gesperrt. Und wie es weitergeht und wie wir hier rauskommen, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play, The Walking Dead. Bis dahin. Andagain, saying to him. Halt! Halt! Rift it! Halt! Halt. I'll rip it! Halt! 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 I'll rip it! Untertitelung des ZDF, 2020